Hallo Marco, wir werden diesen Pappen einfach noch ein bisschen Geld sammeln hier diese Zunftskristalle ich gebe ihnen mein Geld, mit dem kann man mal überhaupt noch verkaufen dann habe ich es mir immer schon voll Nein Was ist das? 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 Das war's. Schauen wir die 20 Sekunden gut an. Achtung! ... 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 Das war's für heute.